Herisau hat einen sehr berühmten Mitbürger, Bundespräsident Hans-Rudolf Merz. Und ihm wurde eine Komposition gewidmet. Und zwar von Georg Kegel. Er ist ein grossartiger Akkordionist. Und er spielt jetzt das Stück «Aber», und das ist das ganz Besondere daran, zusammen mit dem Musikverein von Herisau unter der Leitung von Andi Koller. Also eine eigentliche Premiere mit dem Hans-Rudolf-Merz-Marsch. Applaus Musik 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 Musik